Tretet ein! Ich öffne das große Tor von Schloss Reichenberg. Herrlich gelegen, sorgfältig restauriert und quick lebendig. Wir öffnen unsere Tore für Menschen aus der Region. Jetzt nehme ich euch mit hinein in ein besonderes Schmuckstück der Burganlage, den Rittersaal, einst Wohnzimmer des Grafen. Hier wurde getafelt und feines Porzellan wurde aufgetischt. Ein besonderes Ausstellungsstück, das es hier zu sehen gibt, ist der Bauernring. Eine Sonnenuhr to go. Ein Bauer hat sie um den Hals getragen und konnte so die Tageszeit bestimmen und so rechtzeitig seine Abgaben an den Grafen abliefern. Heute geht es im Rittersaal darum, was es braucht, damit Beziehungen gelingen und fruchtbar werden. Entscheidende Kompetenzen können spielerisch erworben werden. Heute haben wir eine Firma zu Gast. Die wagt sich aus der Komfortzone. Neues Leben in alten Mauern. Bereits seit über zehn Jahren gibt es hier auf Schloss Reichenberg schon das Erfahrungsfeld. Und hier geht es uns im Grunde genommen um ein Thema. Wie gelingt ein Miteinander? Was fördert den Zusammenhalt? Wie kann das Potenzial jedes Einzelnen auch sichtbar werden? Und eben genau das ein Team ergänzen und bereichern. Für die Gruppen, die zu uns kommen, wird diese Zeit hier auf dem Erfahrungsfeld oft zu einem nachhaltigen Erlebnis. Höst der Guten Zeitung. Untertitelung des ZDF, 2020